Wir reden von der neunzigsten Spielminute und von Moritz Stoppelkapp, das ist unfassbar, 36 Jahre der Kapitän, eine einzige Möglichkeit und gleich den goldenen Moment erhascht, 1 zu 1, der MSV glich aus, höchst umstritten, die Mauer die keine war, Golds der nicht mehr herankam, was für ein Schlusspunkt, dieses Ruhrpott-Derbys.